Hartmut Erbse war ein deutscher klassischer Philologe, der als Professor an den Universitäten Hamburg, Tübingen und Bonn wirkte. Leben Der Sohn eines Arztes aus Thüringen studierte klassische Philologie in Hamburg, wo er 1941 zum Thema Fragmente griechischer Theosophien promovierte. 1948 habilitierte er sich als Grazist mit einer Studie zu den artizistischen Lexika. Im selben Jahr erhielt er in Hamburg eine erste Dozentur. Dort wurde er 1954 zum außerplanmäßigen Professor ernannt und sechs Jahre später schließlich zum ordentlichen Professor berufen. 1965 folgte er ein Ruf nach Tübingen an den Lehrstuhl für griechische Philologie und 1968 einem weiteren Ruf an die Universität von Bonn. Wo er bis kurz vor seinem Tode forschte und lehrte zog er nach Trossingen zu seinem Sohn. Seine Forschungen widmeten sich der Textkritik und Texterstellung griechischer Fragmente und Scholien, dem Verständnis Homers, Heroduts und des Thucydides. Erbse fungierte als Mitherausgeber der renommierten Zeitschriften Glotta und Hermes und gehörte 1965 neben Karl Andresen, Olof Gigon, Karl Schäffold, Karl Friedrich Strohiker und Ernst Zinn zu den Herausgebern des Lexikons der Alten Welt. Gemeinsam mit Kurt Latte gab er die Lexika Grecher Minora heraus. Hartmut Erbse war korrespondierendes Mitglied der Britische Academy und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Werke 1950 Untersuchungen zu den artizistischen Lexika Berlin Akademie Verlag 1960 Beiträge zur Überlieferung der Iliascholien, München, Beck 1965 Lexika Grecher Minora, Hildesheim, Olms 1969 bis 1983 Schulia Grecher in Homerie Iliadem, Berlin, D. Greuter 1972 Beiträge zum Verständnis der Odyssee, Berlin, D. Greuter 1979 ausgewählte Schriften zur klassischen Philologie, Berlin, New York, D. Greuter 1980 Festschrift für Hartmut Erbse zum 65. Geburtstag, H.A.G. von Joachim Latatsch, Würzburg, Schöning 1984 Studien zum Prolog der Euripidischen Tragödie, Berlin, D. Greuter 1986 Untersuchungen zur Funktion der Götter im Homerischen Epos, Berlin, D. Greuter 1989 Tughüdie des Interpretationen, Berlin, D. Greuter 1991 Fiktion und Wahrheit im Werke, Heroduz, Göttingen, Vandenhöck und M. Brubrecht 1992 Studien zum Verständnis, Heroduz, Berlin, D. Greuter 1995 Theosophorum, Greco, Rumpfragmentar, Stuttgart, Teubner 2003 Studien zur griechischen Dichtung, Wiesbaden, Steiner 2020 Demonstration 2013 2016 2019 2015 2015 2014 2015 2019 2013 2015 2016 2015 2014 2015 2015 2015 2020 2015